zu mir jetzt ist es natürlich mitten in der nacht so nochmal fünf stunden dann sollte es jetzt eigentlich wieder hell sein und wehe ist es sturm alles klar morgen stund hat gold im mund bzw stuhl im mund so ja 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 der magen der sagt schon wieder hallo ich bin da dann futtern wir uns mal eben voll und trinken uns mal eben voll schon wieder fast alle leckt mich daran fuß sie mir eigentlich noch mal was machen immer noch 31 kilo kann nicht wahr sein und dabei haben wir kaum noch was zu trinken ist es denn die möglichkeit aktion jetzt kann ich den reparieren ach guck mal einer an ach siehst du jetzt das wollte ich doch auch mal gucken hier rehlederstiefel rehlederhose wiegt zwei kilo drei marie raut viel getrockneter darm das ist auch nicht gerade wenig und jetzt habe ich metallschrott und könnte theoretisch den dosen öffner reparieren na gut jetzt brauchen wir metallschrott alles klar ja alles klar also wir machen uns auf den weg ach so ich wollte mir ja noch was zu trinken ne eventuell ach komm egal wir haben ja kaffee was ist das denn da unten ach das sind die eisenmanschinen ach guck mal an ja da müssen wir ziehen beziehungsweise wo musst du da hin ne erstmal müssen wir da hin so ich muss erstmal wenn da die eisenmanschinen sind aua dann muss ich ungefähr hier berechte ich mir nur alles glaube ich ne ich glaube hier berechte ich mir nur alles aber was soll's man könnte sich ja sonst nix ach komm hör doch auf jetzt hier rum zu schreien so ich guck nochmal da ist der andere aussitzende ne da muss ich nicht hin das heißt hier irgendwo wo im wald ne hier ach da was wo kommt der denn her so vorratsversteckte waldflüster ich hab keine ahnung also äh eventuell hier zwischen den holzscheiten aber ansonsten wüsste ich nicht wo ich gucken sollte ich schaue mich hier einmal um sieht aber nicht so aus soll man das bitte finden wie soll ich das denn bitte finden gibt es da irgendeinen trick bei so eine verdammt kleine box die einfach irgendwo steht und dann weiß man nie genau wo das sein soll was hat er denn schon wieder für probleme friert schon wieder das kann doch nicht wahr sein alter die sonne scheint wir tragen nur noch 30 kilo mit uns rum keine 40 mehr man da müsste eine jubelsprünge machen alles klar ist klar ich habe ja gut reden so ach ich eben ich will immer springen was weißt du nicht wo hier was gehen soll jetzt bin ich ja hier wieder jetzt bin ich am holzfeilen lager ich bin schon wieder viel viel zu weit ach so ein kack hier sind wir auf jeden fall falsch boah ich mache mal so einen umweg und gab es da habe ich da was liegen lassen ich weiß es gar nicht so ein bisschen ich finde diese ganzen vorrats verstecke nicht weil einfach die karte die ist so da muss ja direkt keine ahnung wo das gewesen ist nee das ist doch nicht zu fassen und da runter ich habe keine ahnung ich gehe jetzt auch nicht zurück ach so ein scheiß so au zum glück nur ein reh so hier war auch ein wolf in der nähe oh den hat man glaube ich das letzte mal gelegt ich bin mir nicht sicher aber das macht ja das heißt ja auch nichts die können ja wieder auftauchen oder die wandern ja auch ach ich sag's doch ich sag's doch ich sag's doch ich sag's doch leck mich doch alter zwei und jetzt komme ich hier nicht durch willst du mich verarschen das ist doch nicht zu fassen ja toll der hat mich geworfen drecksack sechs kilo fleisch mhm keine ahnung ich lass das mal zurück wir können ja wir kommen ja hier sicherlich nochmal vor und vorbei bringt ja jetzt nix erstens habe ich noch fleisch zu hause rumliegen aber das ist zu hause so ich bin jetzt hier rausgekommen glaube ich oder bin ich da rausgekommen man ey das ist so kacke da direkt zwei noch zwei wölfe alles klar ich werde nicht mehr eigentlich müssen wir jetzt ja nur zurück zur Hütte was auch noch ach na toll na das kann ja was werden ich glaube wir müssen doch mal kurz im Lagerbüro halt machen uns aufwärmen sonst wären wir hier den Unterkühlungstod sterben oder so ist das echt so kalt das geht eigentlich das ist schon ein großer Scheiß ja da hinten müssen wir hin das sieht gar nicht so weit aus ist es aber das ist noch ein ganz schönes Stück hm Lufttemperatur minus 24 Grad und und minus 11 und durch unsere Kleidung ist es immer noch minus 7 also das ist ungünstig boah hier ist ja arschkalt alter Falter ja gut wir sind in der kanadischen Wildnis da ist es wirklich ein bisschen kühler ne als die in unseren breiten Graten in Deutschland ich mein wir hatten ja auch schon mal kalte Winter Winter aber so minus 24 Grad schon ne ne Marke ist schon ordentlich ich meine es geht immer immer noch kälter aber trotzdem was haben wir denn hier wer sind wir hier wer kommt die denn her auf ja ich wärme mich auf war jetzt noch die Uhrzeit wir haben wir noch Zeit aber das glaub ich war gar nicht so verkehrt na gut ähm Temperatur geht schon nach oben ja hier in der Werkbank könnte ich jetzt theoretisch müdele ich aber gar nicht aber gab es hier noch Metall oder habe ich das alles mitgenommen hm ich hatte hier alles mitgenommen glaube ich alter Laptop hier nichts abgelegt ok wir ruhen uns mal ein stündchen aus kann man immer machen so wir sind etwas fitter und es ist wieder warm ich guck mal eben ähm gut gut dann gehen wir jetzt weiter welcome woher kommt dieses Licht merkwürdig ja gut wir sind wieder aufgewärmt das ist schon mal nicht schlecht und wir haben noch fünf Schuss jetzt das ist das was ich meinte ne wenn wir fünf Schuss nur noch haben dann wird es knapp hab ich euch ja schon mal erzählt also dann fühle ich mich ein bisschen unter Zugzwang wir brauchen neue Muni guck da ist nämlich schon der nächste scheiß Wolf was macht der da wo läuft der hin macht der da wo läuft der hin ist nicht gut ich flitz hier mal mhm mhm wo ist er? keine Ahnung ich glaub wir konnten ihn erfolgreich umgehen ich glaub wir konnten ihn erfolgreich umgehen ach guck mal es ist windstiller geworden das ist doch schon mal schön sagt das Thermometer wo konnte man das sehen? hier? hey wo hatte ich das hier gesehen? ist doch egal so da ist der Tunnel also also an dem Berg direkt vor dem Tunnel in dem hier oder was? ey ich weiß auch nicht ne ich bin mir schon wieder nicht sicher hier? scheiße es wird kalt ich glaube es ist dieser Stein hier oder dieser Fels bin mir aber nicht sicher hier ist das hier dieser Fels? wir gucken mal ah wann soll ich das denn erkennen? würdest du mich verarschen? ich denke es soll ein Vorratsversteck sein ich denk hier soll ein Vorratsversteck sein ach man, ey Was ist das für ein Kappes? Da, da. Ich hab's. Oh. Wow. Na ganz toll. Es hat sich ja wahnsinnig gelohnt. Aber das war jetzt auf jeden Fall, das war der echt krass. Nicht zu fassen. Heizmaul. Was haben wir denn? Erstmal ist noch Fleisch noch. Trink noch einen Schluck. Einen Kaffee wollte ich trinken. So, Erschöpfung verringert. Okay. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir nach Hause kommen. Minus 17 Wind. Oh, gefühlt minus 4. Okay, da waren wir. Das war das. Okay. Shit, ey. Das ist ja nicht zu fassen. Was sagt denn hier? Wir haben noch 30, aber... Naja, wir gehen in die Erschöpfung. Das ist schon ein Mistwetter, ne? Bökenbündel. Ach so. Zunder. Ja, Zunderbräulich. Ich hab Zunderbündel. Genug. Genug. Schöpfung schreitet voran. Wir bleiben auf jeden Fall jetzt hier. An der Mauer. Immer an der Wand lang. So. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich automatisch da vorbei. Müsste ich. Theoretisch. Da liegt der Typ. Okay, das heißt, wir sind... Ich muss immer checken. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir gehen eigentlich genau darauf zu. Das heißt, hier muss das Öl sein. Das muss hier sein. Oh Mann, wir checken hier jetzt alles ab. Wir sind ja eh fast da. Ja, aber hier habe ich schon alles abgecheckt. Mache ich zumindest. Oh, was liegt denn hier? Ach, den hatten wir ja, ja. Hey. Da. Oh Gott, das habe ich echt übersehen. Ist es dein Ernst? Magnesiumfackeln. Verdammte Magnesiumfackeln. Was? Da ist eine Höhe oder was? Da würde ich gerne rein. Ist der falsche Weg? Äh, schade. Ach, da muss... Ach, das ist der Durchgang vermutlich. Was für ein Durchgang eigentlich? Ich muss jetzt einen Katerstau haben. Ich war jetzt hier auf dem Tunnel. Komisch. Warum können wir da nicht rein? Da kommen wir bestimmt noch rein. Naja. Da sind wir wieder zurück. Okay. Ja. Nein. Nein. Ja. Mohammed.